hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu ramos exige alle wir drei gegen ja sicher war das quad alter wird gemacht hier weißt du wie ich das sage ist wie ich das sagen weißt du wir machen es einfach so gehen rein und wieder raus wir machen einfach so man geht das wir machen wir machen das einfach gibt es in dem spiel was gibt es da ich weiß nicht wo die sind ja gut ich habe jetzt eine neue klasse mal schauen wie die ist was kosten der neue klasse ausgewählt okay also ich denke dass die bestimmt nicht die sind bestimmt und denkt haben das zwei gebäude teile scheiße welches gebäude teil war ich war glaube ich das trend ich habe ja noch eine kamera warte mal sechs das sind was ist denn jetzt hier los wir hätten hier noch mit seinem elektrisch bin ich was nicht ehrlich mein trigger ich habe das gemacht ich wollte die leute aufschwimmen okay alles klar okay der eine verlässt schon das spiel alter jetzt sind nur noch zwei übrig ne oder ja ja ist aber auch scheiße angefangen muss man ganz ehrlich sagen der hat auch alter euer ernst so mal schauen wie das wird ich bin jetzt gerade im gebäude komplex wo nichts ist ne ich bin jetzt gerade im gebäude komplex wo nichts ist ne ich bin jetzt aber auch ein jahr nicht ok jetzt auch nichts drin das ist natürlich peinlich zum spiel zurückgekehrt wie kann man ja zum spiel zurückkehren ganz ehrlich das geht doch gar nicht weil hier sind schüsse da sind bestimmt in eurem raum oder ok dann wollen wir mal gucken ich bin ja mich zu arsen jetzt echter wie warte hier unten schon äh ne ja unten sind sie echt unter ja ich habe schon schlag bekommen ja das sind wenn du hier mit strom schlag doch warte aber wie kommen wir jetzt da rein bürger streusprengsatz eingesetzt ah wir sollen jetzt da reinkommen bürger durch die tür sehr schön schön spring ich habe nichts kein springladung vorsichtig immer wir sind nur zu dritt also blenken ist aber nur noch einer was wir sind voll wieder am losen hier wer siehst du den chat natürlich ich kenne mich mit dem spiel sowas von nicht aus das ist so ich weiß ich nicht das ist so keine ahnung weil du bist du musst auch wählen ja warte ich bin doch gerade noch auf dem desk ach so gerade weil ich nicht gesehen habe was habe ich denn für sachen hier stacheldraben ist warum kann ich denn habe ich denn für eine waffe jetzt auch die ist ja scheiße ich kann mit wind hat euch beleidigt so lange dass wir es nicht verstehen weil da ist mir das so wurscht italiener hat uns beleidigt okay die gegner haben es lokalisiert ganz italienisch apfel baum italienisch kannst du es ja geil war doch letztens schon mal so dass irgendwas doch bei star wars doch mal oder nicht da war irgendwas italienisches wenn ich mich recht erinnere wurde aus dem match entfernt wieso wurde der einer von den aus dem match entfernt wir sind bei euch ne ach so du bist gar nicht bei euch alter läuft er im radio schlager da ist einer oben ganz oben oberst der etage was der etage wobei immer zu ich wurde jetzt schon getroffen haben wir wirklich gerade in der runde zwei minuten gebraucht um den älter zu finden jetzt zeig dich was willi getötet willi ich bleibe hier rücken für so scheißegal wir müssen ja irgendwie der taktik gleich haben oder die greifen gleich hier nehmen ja klar jetzt kann es von unten geht langsam für dich sehr schön kannst du noch ein bisschen gucken nene naja warte ich gucke mal wir haben die wichtigen kameras ausgestaltet scheiße ja noch ein minuten 23 da ist noch ein gegner hinter mir glaubst du nicht da hast du auch gesehen hinter dem die schüsse ja irgendwo da drin in ja meisterlich alter mann alter im fleck zu wien amina koch er hat mich aber ordentlich auch schon wollte oder wollte aber wegnatzen alter richtig cheetah mäßig das ist dieses man geht rein und man geht wieder raus genau man macht einfach mal zack 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 ja man geht rein und man geht wieder raus genau guck mal ach man was ey ach man was ey alter sanne du bist in dem fall du bist in dem fall von oben nach unten genau dann bist du nach hoch ja aber ich muss auch sagen das war jetzt aber auch eine geile runde wir hatten gut alles verbarrikadiert war nicht schlecht muss ich sagen alter war echt schön jetzt treffen wir an alter das werde ich noch mal schwieriger für den mit meinem bomben mit meinem bomben werde ich verbunden verbunden bomben 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 dass mich keiner aufregt dass mich jemanden erschießen muss das ist schon mal gut so ich fahr jetzt in das erste raus das ist deutlich du musst mal drauf hören du musst mal drauf hören wenn man drin ist in irgendeinem raum ist schlagermusik ich weiß das habe ich doch gesagt vorhin so auch das was und denn ich bin nicht so dumm die zu finden wenn es so nachts wie um frühe die sonne aufgeht ich verstecke mich ich verstecke dich auch mit deiner drohne ich bleib hier ich bleibe hier krass ich bin tot du bist tot bumm 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 ich bringe euch alle um hin von irgendwo wie war ok let's go let's go let's go cool in counter strike haben die gesagt go 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 heutzutage sagen sie ich bin die leiter so ein scheiß ja guck mal deutschland der deutsche art deutschland mein liebes land da rein ich geh hier hinten lang jetzt kommst du mit oder was i'm with you das hat man jetzt ja nicht gehört ne kann man auch durch holzwand hier durch glaubst du das klar sprengstoff anbringen oder hast du ich kann mit meiner mittleren maustaste ich kann das nicht auch doch jetzt jetzt geht es oh warte mal warte mal nein 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 was denn was denn das ist so gut was denn mach mach was alter mich hat durch die tür genutzt mich hat er voll durch die tür genutzt ey alter ihr habt meine füße gesehen jetzt pass auf der ist genau hinter so kisten ne ich bin tot ach du bist auch tot ich hab den nicht getroffen ach so der war dann ok ja so ist das so ist das ja so ist das ich bin schlecht in dem spiel ey naja ganz einfach ich hab nen kill ja hast du nen kill gemacht dann hab ich nen kill gemacht dann hab ich nen kill gemacht vorhin doch einmal hast du nicht vorhin eingemacht ich 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 weiß es ja nicht hab ich ein weiß ich gar nicht mehr ich hab drei kills ja doch ich hab einen gemacht ja drei kills alter das ist mit meinen mit meinen mit meinen mit meinen granaten hab ich einen gemacht du ist schön mit zemtex ne nicht zemtex zemtex claim das war nur granaten zemtex claim das war nur granaten ok so ähm Apfelbaum wir zocken nachher also wir machen jetzt ein bisschen den Rainbow Six Siege und äh halt für die Auffassung ne und äh und äh die granate hat er gefressen ja die hat er richtig gefressen und danach machen wir noch den Rest des Streams Alter geil machen wir äh dings hier sag schnell rust wir rasten wir rasten ein bisschen aus weil wir wollten wie gesagt auch mal was anderes noch machen heute Abend außer jetzt wir wollten erst Minecraft machen aber dann äh wollte ich eine Adventure Map installieren bei Nitrado und so und aber irgendwie hab ich das irgendwie nicht hinbekommen und das ging irgendwie auch nicht ich muss noch mal gucken oder vielleicht oder muss man vielleicht die Maps haben persönlich auch haben um da drauf zu joinen aber das können wir nicht vorstellen oder wenn ihr es noch anbieten bei Nitrado ja Junge die werden jetzt hier nicht kommen du werden dich nicht pushen ohhh komm geh runter Alter wir werden Zeit spielen zu so window ja ne und rusten wir noch ein bisschen aus ich werde das noch nie gezockt ich werde ihnen so ein bisschen mal die Welt zeigen mit dem abbauen und dann halt mal gucken ob wir auf den Server gehen wo halt ein paar Spieler drauf sind natürlich schon auch das war halt dann Waffen schnell looten und dann halt ne ein bisschen auch Krawalle machen wenn es geht das ist natürlich schwierig bei Rust also Alter macht der denn nichts hat er das nicht gesehen der das glaube ich nicht gesehen will Alter komm hinne ey ich will nicht wie das meine YouTube Aufnahme so lang wird mein Gott jetzt kommen wir rein alter ja der hat nur an 20 Sekunden der schafft das nicht mehr wette weil es zu lange Zeit nimmt jetzt geht der erstmal nach unten ganz gemütlich 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 16 jetzt kommt das wäre so das wäre epic ne 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 waffen auch komödie hole ich mir mal ich weiß nicht was es für eine waffe ist aber egal ich nehme ich ohne spaß ich gewöhne mir jetzt immer an dass wenn ich verteidige in dem spiel eine schwarze da bin ich besser drin weil die halt besser streut als wie der scheiß da immer mit dem aber ich sag mal mit meinem maus hat es irgendwie beim irgendwie ist die kaputt keine ahnung wie das ganz schwerfällig skateboard ich lade noch scheiße als wir peinlich aber ich lade jetzt noch was eine überraschung sei jetzt jetzt kommt es gleich wieder irgendeiner spricht gleich wieder hier das hat er keine letztes gesagt wir haben nur gemerkt hat wo ich den erschossen immer hat nur dort der kopf auf die mann deutsche weiß auch nicht wie so immer da eben wie so ein feld für deutsch was habe ich du kaufst du nur deutsche was glaube ich mir deutsche charakter du hast in dem spiel das kann eigentlich der kampf kann der kann das wofür ist eigentlich die dinge haben die man angewandt macht weil sie die die ich jetzt hier habe du hast du welche ich habe so so dinge die eine wand so so ganz komische was macht hier wieder mein schön sind die musik allerdings schon kregen falle ist dass du meinst du mich jetzt oder oder meint die eine wand also ich weil ich habe die so scheiße platzierte ich habe gerade ein fußballspiel hier in dem zimmer wir sind auch in deutschland klar hamburgers lied ist das hier was im radio leute 1 2 3 4 5 5 5 5 sterne haben wir hier auf der flatte ich bin jetzt mal gespannt ich glaube die wollen nicht kommen weil die bleiben weg ja kommen noch und haben die die falle ich habe keine ahnung mal schauen wie ich mit der schadkern bin sind wir auf dem richtigen raum hier was ist hier los warum kommt keiner wir können das lied jetzt anhören ich habe ein fußballspiel haben auch wo hast du ein fußballspiel der fernsehen nervt mega der fernseher ist das der fernseher ist das radio habe ich jetzt leider nichts gegen machen so jetzt kommt doch mal eigentlich mal rein hier alter mensch jungs da wenn ihr euch schon htg nennt als clan sozusagen dann erwarte ich aber auch ein bisschen dass wir uns jetzt mal hier plättet ja ja schon drauf ob da jetzt irgendwas noch kommt oder so oder ob das jetzt hier ich guck mal kurz der war ja natürlich ich bin so angestanden oder soll man lieber drin bleiben bleibt mal noch weil eine haut auch jetzt ab dass wir gleich übrig sind und hier der ist mit dem schild letztes mit dem schild aber gewonnen ich habe nichts gemacht aber wir haben gewonnen ich habe kann hatte ich hatte kapkan 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 so gewonnen ne wir sind noch mal dran ja ich habe aber vermute auch ich habe als 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 verteidiger habe ich aber auch mute ich nehme jetzt mal ein schild ich bin zwar so schlecht mit schild habe ich jetzt zwei kills 3 ja jetzt habe ich auch ja kessel habe ich auch aber kessel hätte ich auch noch hätte ich ach so er meint ob du die überhaupt hast minut oder kärfe hat es aber ok geschehen so mein rücken juckt ich habe die auch so jetzt wäre jetzt ja jetzt geht es aufs ganze das ist doof dass wir jetzt angreifer sind weil angreifer ich bin ja so schlecht drin kann ich nicht angreifer ist natürlich wieder volle kanne geil wenn die jetzt sofort das finden wenn das wir wissen okay dort und dort ist es ich bin ja nicht unten du das ist so unübersichtlich hier mit dem scheiß das ist das ich finde nicht schön hallo kleiner frosty einmal frosty einmal sei schon ich musste auch gucken ich denkst du what weil unser bruder der heißt auch also mittlerer bruder der heißt auch torben und ja ist schon kaputt die kamera ich war jetzt oben und unten eine eine etage ne äh erste etage oben ja da kommt warte doch hinter ich bin hinterher ich bin hinterher ich weiß es hier das fenster ich wurde entdeckt ich wurde entdeckt jetzt wissen sie genau wo wir herkommen nein Kamera wir haben aber Dings gelegt Sprengfallen Streusprengsatz aktiv Drohne bereit Zünde Streusprengsatz ich habe irgendwas verbunden ich habe irgendwas nicht gehört ich sicher ja ja das ist nicht unser bruder ja 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 das ist ach noch einer oben noch einer oben oder wo ne doch nicht ok jetzt gehts los soo verzeih was wovon denn kam der denn wovon ok ok ah statt in den anderen Ecken scheiße ja da musst du aufpassen achso ne der äh der spielt der zockt nicht das ist kein zocker der ist mehr der äh partygänger ja und und ja heißt nicht dass wir jetzt nicht auf Partys gehen Springsatz ahhhh das heißt jetzt nicht dass wir jetzt nicht auf Partys gehen aber ja gut gelegt muss ich sagen er ist halt wie gesagt wir zocken überhaupt nicht so ja wäre natürlich auf einer hand auch cool torben also der heißt auch torben würde auch zocken hätten wir zu dritt den kanal hier gemacht youtube das wäre doch geil gewesen ey mhm die drei von den tatschen stelle du bist gleich tot oh boah alt hat er gut gesehen bin schon ne nicht du ich meine ich spreche euch gerade mit meinem imaginären freund hier also scheiße also mein spieler sich minimiert oh meine Minimation das geht doch gar nicht du kannst doch nicht einfach minimieren ne 51 Sekunden noch ach für ihn trete ich bei genau Frossi Cloud Kills würde ich auffassen was nochmal Frossi Cloud Kills würde ich auffassen ach meinst du im spiel jetzt oder was ja der klaut überall Kills achso ne wir spielen ne ne tut mir leid also da hallo ich dachte du meinst jetzt äh du willst jetzt unser Bruder ersatz sein ne hallo ha ha das wärs gewesen ne das brauchen wir nicht dich nicht reicht schon wenn wir einen mittleren haben ey aber der ist aber super nett also der mittleren das wäre der jüngste was torben ist oder der mittlere ja aber jetzt du hast gesagt reicht schon wenn wir einen mittleren haben ja 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 ne mehr weg ne mehr weg ja ja alter wie scheiße nice das geht so alter wir haben gewonnen ey ist das alter ist das geil wir haben gewonnen harter erkämpfter Sieg ja das aber auf jeden Fall und damit wir nicht sagen dann schiffst du schon bei Rainbow Six Siege mit dem Big Mana und dem Mingo Fliever genau Fliever bis denn float mal alle ja 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 ja